moin moin und willkommen zurück zu captain of industry gleich im voraus wird eine 15 minuten folge aus zeitgründen wieder mal aber 15 minuten sind immer noch tausend mal besser als ja keine folge ist so ist so das heißt wir haben weniger zeit große probleme zu lösen aber das sollte gar nicht schlimm sein weil ich sehr zuversichtlich bin dass wir das hinbekommen werden so schauen wir uns das mal an ich sehe immer noch ein riesiges problem hier mit unserer wartung das ist merklich schlecht um das eventuell ein wenig fördern zu können müssen wir einfach auf konstruktion 3g und musste gerade mal kurz nach mein gott heute ist sowieso ein komischer tag ja und wie können wir dieses problem lösen da gibt eine ganz einfache lösung für wir brauchen stahl und das recht zügig so wir werden dass wir mal drüben kopieren ja warum recht zügig ganz einfach ich habe es bestimmt schon tausend mal erzählt und wird es auch noch tausend weitere mal erzählen wir brauchen das einfach stahl für konstruktion 3 und stahl die stahl produktion ist da ein bisschen komplizierter also ihr habt einen step mehr einfach nur bzw eine neue ressource die ihr mit einbinden müsste ich muss ich mal kurz gucken oben war eisenerz unten die kohle so jetzt müssen wir das noch weiter ziehen genau es muss eine weitere source eingebunden werden in diesen kreislauf eine weitere neue ich würde es euch gerne sagen wenn der kollege hier jetzt endlich mal sagen würde alles klar ich baue freiwillig so jetzt haben wir mal erst mal fertig und dann fange ich an zu erzählen es ist besser das haben wir wir werden sofort dafür sorgen dass der schornstein angeklemmt wird sagt sagt so muss das sein dass mit der große rede das können wir alles hier bauen so neue ressource das werden der luftzeileger den kennen wir schon den haben wir unten gebaut wo ist er wo ist er wo ist er hier genau den brauchen wir zu hier für die stahlverarbeitung ebenfalls und ich hast du den einfach genau hier nehmen da sind wir das sind wir ganz straight und machen da gar keine großen großen große heckmeck draus wasser brauchen wir auch was ist mit euch denn wie ihr kommt da nicht hin das sind wir euch schon wieder die richtig hierhin hier kommt hier hinten nicht hin warum wollte mich so ein bisschen bisschen verarschen kollegen ich setze euch mal zurück so ja genau so wie ist das jenes ganz easy sache dann brauchen wir die speziell dafür vorgesehene gießvorrichtung nenne ich es mal hier haben wir ja den säuerstoff blaskonverter das ist die spezielle gießvorrichtung die ihr für stahl braucht und das dann natürlich auf eine dementsprechende temperatur zu kriegen so will ich meinen ist es das brauchen wir natürlich ganze zweimal muss ich ja lohnen bis daher so und dann sieht man ja schon da haben wir den o2 eingang den führen wir unter der schlacke durch wenn das spiel natürlich mit macht manchmal ist es ja ein bisschen zickig ihr seht dann will ich nicht so wie soll ob es nur zu 100 prozent nötig ist weiß ich nicht aber ich nehme trotzdem lieber die größeren leitungen gefällt mir einfach besser so soll ich sagen da kann ich mich einfach nicht rausreden ist gefällt mir einfach besser dann nehme ich das auch so jetzt haben wir einen geschmolzenen stahl und jetzt wird dieser ganz normal gegossen wie wir das kennen aber auch in einer dafür speziell verbesserten vorrichtung und zwar das ist das das ist die gekühlte gießerei bis da ja um stahl zu härten muss es schnellstmöglich also so wie ich das kenne und mal gehört habe da muss stahl schnellstmöglich abkühlen je schneller es abkühlt desto bessere härte kann es vorweisen es gibt metalle da ist es genau umgekehrt ich möchte behaupten aluminium war das aber nachdem ich nicht drauf fest schaut lieber wiki aber irgendwas will ich da schon mal gehört haben zack zack wunderbar so sieht es aus ja das soll unsere stahlverarbeitung sein ist natürlich ein bisschen klein ja muss man zugeben da wir hier einem aus 16 einheiten geschmolzenen eisen acht mal geschmolzene stahl machen also das wird ja quasi noch mal komprimiert ist schon wild muss man sich vor augen halten dass es dann ein bisschen weniger wird so stück gut lager darf natürlich nicht fehlen und das machen wir ganz traditionell ganz einfach jetzt ist es natürlich an unseren jungs hier die produktion in gang zu halten beziehungsweise anzureißen aber wir können ja hier noch mal schicht system einführen und quasi die produktion damit verdoppeln hier sagt sagt er schon wieder weint darum es gibt nicht genug saft kann nur an der kohle liegen wie soll es anders sein es liegt an der kohle das ist nicht optimal gerade wenn man das auf ja gerade wenn man sich da so ein bisschen von holz abhängig macht ist das sehr 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 gefährlich so wir werden mal noch eine kühlerei mit dazu schalten hier wird so langsam gerodet hier wird sicherlich auch eine zweite baum schule hinkommen oder ich glaube ich werde vielleicht das komplette baum schulding links rüber schmeißen oder so weiß ich noch nicht bin mir da noch nicht ganz sicher bis dahin wenn wir noch viel mit unserem schiff erkunden müssen dass es da eine vernünftige lösung für gibt das hier mit dem müll muss ich sagen finde ich auch eine der besten lösungen einfach kurz verkohlt und dann ist die sache die sache erledigt wenn du natürlich richtig super smart bist dann wirst du die abfallanlage einfach nach unten bauen dann hast du wieder fahrweg gespart dann haben wir noch den biomasse sammler die können wir sehr gut hierfür gebrauchen hier finde ich biomasse biomasse musste vorerst verarbeitet werden hier haben wir hier können wir biomasse zu kompost verarbeiten und ihr wisst ja kompost wird zu dünger also eigentlich nur win aber dünger wird ja hier noch nicht verwendet seht ihr selbst da denken sich die leute ja ach ne brauchen wir noch nicht denn ihr müsst dafür eine rohrleitung installieren und die ressourcen haben wir gerade nicht wir warten nämlich erstmal bis unser stahlwerk fertig ist denn dafür kommt noch einiges und abgesehen davon kann unser stahlwerk noch nicht funktionieren weil wir noch keine dazugehörigen wasserleitungen gelegt haben so kann ich irgendwann beton abzapfen joa guck mal hier hier hätten wir die möglichkeit hier schön an der ecke dann haben wir hier auch wasser und das stahlwerk was ist ja denn nun ist funktionstüchtig das ist smart muss ich sagen muss ich mal rein so dass ich über die maximale höhe noch einmal rüber bauen kann das finde ich super smart vom spiel ist das neu so wie legen die leitung selbstverständlich durch für die option es noch weiterhin zu erweitern wird durchaus passieren wird tatsächlich so das hätten wir hier kam gerade schon die erste ladung stahl an guckt euch das glänzende zeug an ja ich weiß alles gut auch mir gefällt stahl auch viel lieber in waffen oder panzerform alles in ordnung verstehe ich voll und ganz aber den einzigen fight den wir hier im leben sehen werden in diesem leben von diesem spiel sind diese hier und da haben wir wieder mal ein paar piraten jungs die wir gerade in jordan befördert haben was hier los da ist da noch was über eine kohle mine entdeckt kohle mine das ist natürlich richtig geil kohle ist richtig smart jetzt mal ohne flachs richtig so euer buddel gerätschaften hier buddel buddel wie soll ich sagen meine güte wort kam schon wieder die art und weise dass diese weist darauf wir brauchen einfach mehr kohle baut mehr ab so meine güte immer dieses wort gewählen scheißegal mach kohle so biomasse sammler können wir nicht bauen habe ich gesagt brauchen wir rote konstruktionsteile für und die haben wir nicht wir kommen gerade so auf gelbe da wäre jetzt meine idee lagern wir das schon aus das ist mir schon ein bisschen zu voll oder sage ich jetzt kommen wir lagern wir ziehen das in die länge auf diese höhe quasi dass ich hier genug platz in der mitte habe für die konstruktionsproduktion ich will das jetzt nämlich alles ineinander stecken bis da ich glaube den weg müssen wir gehen und es ist wichtig es ist so wahnsinnig wichtig gerade auch mit der wartung kopiert vorher und reist dann ab nicht umgekehrt nicht erst abreißen dann anfangen zu bauen das funktioniert nicht das geht völlig in die buchse sage ich euch weil ich den fehler sehr oft gemacht habe nicht nur mit wartung auch mit wasser auch mit treibstoff macht nicht diesen fehler ich kann einfach nur appellieren macht sich seid da vorsichtig so damit das kopiert das wird runtergezogen wie gesagt das ist gut dass wir noch die e teile haben damit können wir auch die zweite stufe völlig automatisieren und stahl kann sehr gerne dann geschleppt werden von den lastern das kriegen wir hin so ihr habt genug kommt ihr hinterher was fehlt euch kann ich euch über die gute tun verdammt ich habe was vergessen da müsst ihr natürlich auch auf darauf aufpassen ihr müsst das n2 natürlich auch quasi entsorgen ist der thornstein dient der entsorgung so und jetzt läuft das weiter man muss darauf achten habe ich jetzt habe ich jetzt verpennt 20er schritten entsorgt würde gerade sagen und nein ist hier gerade alles voll oder was will na nu mach schon das hier funktioniert alles das finde ich richtig schön aber unsere laster sind überlastet jetzt frage ich mich ja immer noch wann kommt das nächste laster update hier und fahrzeugverwaltung und hier kommt die nächste fahrzeugverwaltung und es gibt auch eine verordnung und überladung der lastwagen richtig geile sache dann können eure dudes ein bisschen mehr transportieren richtig geil so und leider gottes wie es halt so ist brauchen wir erstmal mehr personal nein muss ich die folge beenden aus zeitgründen wenn wir da arbeiten da wird alles immer ein bisschen knapper jetzt morgens aber so ja ich würde mich ja nicht beschweren ich bedanke mich bei euch fürs zuschauen wir sehen uns dann wieder in der nächsten folge hier captain of industry ich bedanke mich für die likes für die abos die reingekommen sind und dann sehen wir uns wie gesagt in der nächsten folge reingehauen und tschü tschü hier